So, Freunde, willkommen zurück zu FEEL 2. Es geht los! Bam, 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 bam. So, ja, im letzten Part wurden wir auf unseren Rettungsangriffen mit dem Logis und Lab, die niemand kontrollieren kann. Damit das eigentlich so verstanden ist, korrigiert mich. War's das? Oder kommt noch? Gib mir den Medikett. Ah, ich bin voll. Ja, okay. Okay, meinetwegen. Na? Wie geht's dir? Hm, scheinst du einen Clown zu haben. Ist zwar ein bisschen down, ist aber egal. So, du bist tot, du bist tot. Du bist tot. Und ich find das cool, dass man hier so in Deckung gehen kann. Da ist es jetzt. Ich bin erstmal voll raus. Und ich muss wieder Bullet Time nachladen. Ich hab nie Bullet Time. Aber das macht nichts. Hier in der Mitte ist noch ein Medikett. Und ich hoffe, die Gegner benutzen das nicht. Denn es ist meins. Mein Medikett. Okay, was ist hier los? Nichts. Okay. Da komm ich auch nicht rein. Ne? Was bist du? Achso, ja. Okay. Ihr werdet quasi hergekauft. Wo ist der? Da kann ich euch ja schon, da kann ich euch ja schon killen, wenn ihr es warnt. Tschüss. So. Okay, schwer. Kann ich noch mal andere Waffen? Vielleicht hab ich kein Wissen mehr. Du bist eine Pistole? Ah, alles klar. Kanate. So, ich geh mal zu den anderen Typen und ein bisschen Muni aufsammeln. Bevor die anderen kommen. Die haben mich ein bisschen unterschätzt. Ich mein, ich bin stark. Ich bin stark, dass die ganz viel ganz stark sind. Ein Mann Armee. Stirb. Ich nehm mich mit. Nächster. So. Was ist denn hier los? Ist er freigekommen? What the fuck? Warte mal kurz. Der Kerl ist frei. Und dann läuft der frei rum, oder wie? Das wäre ja nicht so schön, wenn ich ehrlich bin. Ja, das heißt wohl, dass ich hier wegkomme, oder? Irgendwie. Ich suche mal den Ausgang. Ich mein, das muss hier irgendwo einen Ausgang geben. Das ist zur Hölle. Ne, hier auch nicht. Verdammt, ich laufe im Kreis. Wir drehen uns im Kreise, drehen uns im Kreise. Und ich weiß nicht, wohin. Ich weiß jetzt nur, dass der Typ frei ist. Aber das bringt mir auch nichts. Ich geh mal zur Mitte. Ah. Alles klar. Gut. Wir haben es geschafft. Ich habe den Ausweg gefunden. Zum Glück. Ähm, gut. Ich geh mal runter. Wo ist der Replika? Wo ist der Replika? Kennt jemand neulich das Glied von Zonata Artika? I'm a replica. I'm a replica. Da muss ich gehen. I'm not myself. I'm a replica. So. Ich bleib schön hier bei der Heilung. Weil ich mein, falls Gegner kommen, mich abschießen, kann ich mich, äh, ja, Instant heilen. So. Das müssen erstmal alle gewesen sein. Glaube ich. Boah, immer wenn ich das sage, ja. Immer wenn ich das sage, das müssen alle gewesen sein. Komm, fünf neue. Kam ein 4-1 auf? So viele Gegner auf einmal? Ich glaube nicht, oder? Nein. Nein, nein. So. Ich hoffe, ich geh richtig. Aber ich mein, ein 4-2 kann man doch. Richtig gehen. Es gibt immer noch Angegen. Puh. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. In your face. So. Äh, ich geh noch zurück und heil mich. Wobei, ich bin ja schon bald. Ah, ich wollte mein Medikett nicht benutzen. Das wäre jetzt 5-3. Egal. Genau, ein Schuss nachladen. Das sind das viele. Das sind so viele. Ich halte es nicht aus im Kopf. Einfach nur, weil es Bomben macht. So. Ähm, ja. Wohin möchten wir gehen? Ich weiß es nicht. Da geht es nicht lang. Okay. Ich ziehe was drin. Ob es sich voll... Ob es sich voll... Ob es sich voll... Ach, egal. So, hier liegt irgendwas Rotes. Das sieht voll eklig aus. Ist das ein Arm oder so? Keine Ahnung. Sieht einfach voll eklig aus. Körperteile. Ich frag mich, ob es in der Kat-Version auch so schlimm ist. Also, dass da jetzt Armungen liegen und so. Oder wurden die entfernt. Zusätzlich. Mein Meisterschlau. Nur die Kat-Spieler. Also ich spiele es an Kat. Ist ja klar, oder? So, ähm... Sicherer Daten. Gern geschehen. Wo kommst du her? Geh sterben. Gesterb. Bam, bin you crazy. Och, du Scheiße, sind das viele. Okay, wir können Granaten. Überraschung kommst du. Kannst machen, was du willst, ey. Ich werfe hier überall Granaten. Dir werden alle sterben. Alle werden hier sterben. Der hat ein Bein verloren. So. Ich lache, dass er ein Bein verloren hat. Witzig. Bein verloren. Oh Mann, ey. Ich muss mich mal hier so langsam irgendwie heilen. Oh, ey. Ich brauch ganz dringend. Es sind so viele Gegner. Das ist so krass. Aber man hält einfach viel mehr aus als 4-1. Aber das ist nicht gut. Da haben wir noch ein Gleichmaß gefunden. Das finde ich gut. Ach so, Scheiße. Ich dachte, ich hätte den Shotgun. Deswegen würde ich so nah gekommen. Egal. Das müssten alle... Ah, Heilung. Medikids. Yay. Aber erst mal. Boom. Nein, nicht ins Feuer. Nicht ins Feuer. Meins. Ich dachte, das wäre eine Waffe. Ja, offensichtlich. So, ich brenne. Yay, ich brenne. Es macht Spaß zu brennen. Hier ist noch gar nichts. Warum genau habe ich das jetzt aufgesprengt? Einfach nur so? Oder war irgendwas drin? Habe ich irgendwas eingesammelt unbewusst? Nicht, dass ich wüsste. Nicht, dass ich wusste. Ist das eine Treppe? Wo muss ich hin? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass hier ganz viele Gegner sind. Waren. Hier waren ganz viele Gegner. Objekte aufheben. Hä? Heben. So. Ja, klar. Weg da. Ey, das hättest du schon viel früher machen können. Weißt du das eigentlich? Aber nein. Das lernen wir erst jetzt. Mach auf. Gut. Eine Leiche. Hallo, Leiche. Was sind da Gegner? Ich erschüsse. Hier los. Was machen die da? Kämpfen die gegen den Replika? I'm a Replika. I'm a Replika. Wow. Äh, sind das Kronsoldaten? Oder warum kämpfen die gegeneinander? Ich hab die Replikas weg, Kronsoldaten. Das wird mir, wie es zu finden. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Heilung. Heilung. Weg. Ich bin weg. Tschüss. Ich hab mich mit Gerades rausgeschen. Ey. So, jetzt bin ich aber doch hoch hier. Denn hier ist Heilung. Alles ist hier. Mögliche Bedrohung. Also das lese ich mich mal durch, sobald die Aufnahme fertig ist. Macht euch da keine Sorgen. Aber für ein Let's Play kostet das einfach nur Zeit. Mann, wie hier hältst du aus? Ich hab dich vorhin schon abgeballert. Oh, du bist voller Blut, ja? Ich muss erst deinen verdammten Kopfertreffer mit dem Boden missen. Oh, scheiß. Geh weg. Geh ruhig. Okay, Deckung gehen. So. Jo, äh, ich hab noch sechs Schuss. Das ist mir zu wenig. Deswegen bin ich jetzt die Shotgun. Aber ich will eure Muni aufheben. Muni, gib mir. Sechs Schuss, sechs Schuss. Wo ist mein Name noch? Ah, ja, Mann. 540 Schuss. Das ist gut. Das ist sehr gut. Sehr gut. Okay, mach ich dann. Der Replika. Der Replika. Der Freund. Wo ist er? Oh, zieh nicht. Keine Ahnung. War das jetzt der Replika oder war das jetzt irgendein Replika? Ich glaub, das war irgendein Replika. Ich glaub, ich verwechsel die bestimmt die ganze Zeit. Ich glaub, ich google das gleich nach. Also, nicht, dass ich hier irgendwie was Falsches sage. Das sind Replika. Vielleicht ist das was anderes Replika. Aber so wie ich das verstanden hab, sind diese Viecher-Replikas. Ja, genau. Nein, versteck dich. Was? Was? Was ist dein Freund? Nie, oder? Hier gibt's keinen Freund. Hier gibt's nur Feinde. Ich bin mein einziger Freund. So. Versteck mich. Leute, bleibt cool, ja? Pass auf, Leute. Das sind die Regeln, ja? Wenn ich euch abschieße, dann wehrt ihr euch nicht. Okay? So machen wir das in Zukunft. Also, einfach nichts. Geh auf. Sturmgewehr, ja. Nicht zum Sturm. Ist hier was? Nicht geguckt? Ja, nur so ein bisschen. Aber ohne seh ich auch nichts. Na ja. Hier findet mich niemand. Also, ich könnte auch für immer hier bleiben. Hier kann ich... Hier kann ich... Gut einrechnen. Ich mein... Pinkeln kann ich hier in die Ecke. So. Na ja, essen werde ich schon irgendwie finden. Nein, ich geh schon weiter. Nehmen Sie den Hauptversorgungsblabla. Okay. Scheiße, Mann. Ich hab Schluck auf. Oh, sind das irgendwie lebt, ey. Oh. Oh. Kommt da noch jemand? Oder war's das? Hm. So, ich hab den Sound hier erstmal noch ein bisschen leise gemacht, weil es war noch ein bisschen zu laut. Und... Na ja. Gut. Ähm, ein paar Minuten haben wir noch. Daher würde ich sagen, ich kann mich erstmal heilen. Hier sind ganz viele Sachen. Die nehme ich mir mit. Und... Da hinten geht's weiter, würde ich sagen. Ey, warum liegt hier so viel? Erwartet mich ein Bosskampf? Noch mehr? Äh, was ist hier los? Warum liegen hier so viele Sachen? Irgendwas stimmt hier nicht. Noch mehr? Okay, ähm... Also, hier muss ja so ein übelster Boss kommen. Wenn hier so viele Sachen rumliegen. Hm. Na gut, Leute. Also, das ist ein großer Raum. Hier sind viele Sachen. Deswegen würde ich sagen, ich schneide hier. Und wir sehen... Wir sehen... Wir schauen im nächsten Part, was passiert, okay? Bis zum nächsten Mal bei 4, 2. Ciao. Ciao. Ciao.